Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen Die Zukunft revolutionieren Künstliche Intelligenz, KI, und maschinelles Lernen, ML, stehen an der Spitze der technologischen Innovation, treiben branchenübergreifend bedeutende Veränderungen voran und verändern die Art und Weise, wie wir mit der Welt interagieren. Von der Verbesserung des Geschäftsbetriebs über die Umgestaltung des Gesundheitswesens bis hin zur Neudefinition der Parameter persönlicher Technologie werden KI und ML zu einem integralen Bestandteil der modernen Gesellschaft. KI und ML verstehen KI ist ein weites Feld, das verschiedene Technologien umfasst, die es Maschinen ermöglichen, menschliche Intelligenz nachzuahmen. Dazu gehören Aufgaben wie Lernen, Argumentation, Problemlösung und Sprachverständnis. ML, eine Teilmenge der KI, konzentriert sich speziell auf die Fähigkeit von Maschinen, aus Daten zu lernen und ihre Leistung im Laufe der Zeit ohne explizite Programmierung zu verbessern. ML-Algorithmen analysieren und interpretieren große Datensätze, um Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen. Anwendungen und Auswirkungen Gesundheitswesen KI und ML revolutionieren das Gesundheitswesen, indem sie die Diagnosegenauigkeit und die Patientenergebnisse verbessern. Beispielsweise können ML-Algorithmen medizinische Bilder analysieren, um Krankheiten wie Krebs mit bemerkenswerter Präzision zu erkennen. KI-gestützte Systeme helfen auch bei der Arzneimittelentdeckung, indem sie vorhersagen, wie verschiedene Verbindungen mit Zielmolekülen interagieren, was den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigt. Finanzen Im Finanzsektor werden KI und ML zur Betrugserkennung, zum Risikomanagement und für personalisierte Finanzdienstleistungen eingesetzt. Algorithmen können Transaktionsmuster analysieren, um betrügerische Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen. Robo-Berater nutzen KI, um maßgeschneiderte Anlageberatung anzubieten und so die Vermögensverwaltung zugänglicher zu machen. Einzelhandel Einzelhändler nutzen KI und ML für personalisiertes Marketing und Bestandsmanagement. Durch die Analyse von Verbraucherverhaltensdaten können diese Technologien Kauftrends Vorhersagen und Lagerbestände optimieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden das finden, was sie benötigen, und gleichzeitig werden Überbestände und Fehlbestände minimiert. Transport Autonome Fahrzeuge sind vielleicht die sichtbarste Anwendung von KI und ML im Transportwesen. Diese Fahrzeuge nutzen eine Kombination aus Sensoren, ML-Algorithmen und Echtzeitdaten, um zu navigieren und Entscheidungen zu treffen. KI verbessert auch die Logistik und das Lieferkettenmanagement, indem sie Routen optimiert und die Liefereffizienz verbessert. Kundenservice Chatbots und virtuelle Assistenten mit KI verändern den Kundenservice. Diese Systeme können eine große Anzahl von Anfragen gleichzeitig bearbeiten und schnelle und genaue Antworten liefern, was die Kundenzufriedenheit verbessert und die Betriebskosten senkt. Ethische Überlegungen Da sich KI und ML weiterentwickeln, werden ethische Überlegungen immer wichtiger. Probleme wie Datenschutz, algorithmische Voreingenommenheit und Arbeitsplatzverlagerung müssen angegangen werden, um den verantwortungsvollen Einsatz dieser Technologien sicherzustellen. Datenschutz Key und ML sind stark auf Daten angewiesen, was Bedenken hinsichtlich der Art und Weise aufwirft, wie personenbezogene Daten erfasst, gespeichert und verwendet werden. Die Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit ist für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Vertrauens von größter Bedeutung. Vorschriften wie die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, in Europa zielen darauf ab, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen zu schützen und Standards für den Umgang mit Daten festzulegen. Algorithmische Verzerrung Key-Systeme können unbeabsichtigt in ihren Trainingsdaten vorhandene Verzerrungen aufrechterhalten, was zu unfairen Ergebnissen führt. Beispielsweise können voreingenommene Algorithmen in Einstellungsprozessen bestimmte Gruppen diskriminieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, faire, transparente Algorithmen zu entwickeln und umzusetzen und Key-Systeme regelmäßig auf Voreingenommenheit zu prüfen. Arbeitsplatzverdrängung Die durch Key und ML unterstützte Automatisierung hat das Potenzial, Arbeitskräfte in verschiedenen Sektoren zu verdrängen. Während diese Technologien neue Möglichkeiten schaffen, besteht Bedarf an Richtlinien und Programmen, die den Übergang der Belegschaft und die Kompetenzentwicklung unterstützen. Fortschritte Die Forschung im Bereich Key und ML führt zu ausgefeilteren und leistungsfähigeren Systemen. Entwicklungen in der Verarbeitung natürlicher Sprache NLP Beispielsweise machen die Interaktion mit Maschinen intuitiver. Die Integration von Key mit anderen neuen Technologien wie Quantencomputing könnte den Fortschritt weiter beschleunigen. Regulierung und Governance Um die Vorteile von Key und ML zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu mindern, sind robuste Regulierungsrahmen erforderlich. Internationale Zusammenarbeit wird von entscheidender Bedeutung sein, um Richtlinien zu entwickeln, die den ethischen Einsatz von Key fördern und Missbrauch verhindern. Öffentliches Bewusstsein und Bildung Es ist von entscheidender Bedeutung, das öffentliche Bewusstsein und das Verständnis für Key und ML zu stärken. Bildungsinitiativen können dazu beitragen, diese Technologien zu entmystifizieren und Einzelpersonen zu befähigen, verantwortungsvoll mit ihnen umzugehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Key und ML transformative Kräfte sind, die das Potenzial haben, zahlreiche Aspekte unseres Lebens zu revolutionieren. Bei der Weiterentwicklung dieser Technologien wird das Gleichgewicht zwischen Innovation und ethischen Überlegungen von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass sie der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. Untertitelung des ZDF, 2020